ich schalte jetzt die fernsteuerung ein ja schaltet man einfach hier am schalter schaltet man die fernsteuerung ein dann drückt man hier auf set und hier steht hotshot das heißt das ist das flugzeug und wenn ich das eingeschaltet habe dann kann ich auch das flugzeug selbst einschalten so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020